Unser Highlight ist und bleibt natürlich unsere Unfallversicherung mit den unheimlich vielen Assistenz- und Zusatzleistungen, die bei uns immer beitragsfrei inkludiert sind. Der absolute Mehrwert für den Makler ist natürlich, dass der Anspruch auf die Assistenz- und Zusatzleistungen besteht, sobald der Unfallbegriff erfüllt ist, ohne dass eine Invalidität nachgewiesen sein muss und damit natürlich auch Unterstützungsleistungen und Kostenübernahmen direkt zum Unfallzeitpunkt erbringen. Wir haben jetzt unseren neuen Hausrat-Tarif mit vielen neuen Produktfeatures und neuen Kalkulationen herausgebracht und im Bereich der Risikoabsicherung sind wir im BAV-Bereich ganz stark unterwegs im Belegschaftsgeschäft und zusammen mit der Deutschen Unterstützungskasse haben wir ein Spezialsegment der betrieblichen Altersversorgung belegt, wo es um die Übertragung bestehender Pensionszusagen auf die Unterstützungskasse geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Schatz zuий 很iences ! Untertitelung des ZDF, 2020